hallo und herzlich willkommen bei red dog gambles ich bin heute überhaupt hier war ein ticket und heute spiel konflikt of nature ww richtig strategie ich starte das spiel mal und es ist kein spiel mehr kann also wir suchen jetzt ein neues spiel kann es auch so welche spiel wir anfangen wollen ja zwei offene plätze läuft schon ein tag das spiel 6 offene plätze läuft ein tag ein offener platz 23 läuft auch schon zwei tage kommt bald ach so ich musste halte mit zwei sein ok trete dabei meine nation auswählen die sind schnell vergeben ob ich es da syria schweden spanien rumänien portugal norweg irland griechenland finland dänemark tschechien kuba ist auch nice kommen wir im kuba dazu eine information inseln nation kuba ein kleiner inselstaat wird ein starkes militär militär benötigt das sehe ich aber was ich aber noch ist dafür ja die 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 Untertitelung des ZDF, 2017 Da sind wir. Okay. Es ist jetzt der erste Tag. Da kann man noch nicht ganz so viel machen. Infanterie. 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 Ach du? Ach du? Ach du? Ach du? Europa, Amerika Ich nehme einfach den einfach stell Jamaika, Frieden Bahamas, auch Frieden Frieden, Frieden Frieden Europa Oh, das ist nice Alle befreundet mit mir Also wir spielen nur Nordamerika und Europa Das ist ein amerikanisches, europäisches Konflikt Bodo Nordkap Naja London Gibt es nicht Warte mal Da fahren wir bestimmt so weit hoch Doch, da ist es Drei 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 Okay. Verlegen Es geht nur mit dem Flughafen, ok Und der ist schon fertig Ein Tag und drei Stunden Gleich habe ich alles gemacht, was ich am ersten Tag machen kann Oder ich habe schon alles gemacht Noch habe ich mit einer Freundschaft Also, ich denke, jetzt mach ich mit einer Freundschaft Hmm... 1 2 3 3 11 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich probiere mal Bahamas anzugreifen, ich gehe auf Jet, Angriff, Bahamas, Ne, gehe nicht, Das ist doch der erste Tag, Ach, Ach, Dann fangen wir mal hier an, Wir bauen ein Flughafen, Und hier bauen wir ein Marienstützpunkt, Hier bauen wir auch ein Marienstützpunkt, Hier in der Mitte, Als Marineflughafenmarine, Flughafenmarine, Das müssen wir in der Hauptbasis reinsetzen, Also eine Hauptstadt, Hier ist die Hauptstadt, Ach, der hat schon, Das haben wir, Ami Basis haben wir, Davon haben wir zwei, Dann nehmen wir jetzt mal, Rekrutens Büro, Und hier bauen wir noch, Das bauen wir da ein, Ein geimes Waffennlabor, Und hier bauen wir noch ein paar Jahre, Und hier bauen wir noch ein paar Jahre, Und hier bauen wir noch ein paar Jahre, Na gut, das war jetzt mal. Gut, ich würde mal sagen, das war es denn auch schon für heute. Ich habe hier überall was gebaut. Noch mal kurz ranzoomen. Da ist einfach ein Bound, Havanna. Außenpostenflugfeld. Davon habe ich eins, eins, eins. Okay. Oh, man kann ja noch viel mehr bauen. Okay. 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 da war schon was da auch da war schon Okay, ich habe kein Öl mehr. Da war schon was. Okay, ich habe kein Öl mehr. Okay, ich habe kein Öl mehr. Okay, ich habe kein Öl mehr. Jetzt kann ich es mal machen. Okay, ich habe kein Öl mehr. Muss ich erst forschen. Okay, ich habe kein Öl mehr. Okay, ich habe kein Öl mehr. Gut, ich würde mal sagen, das war es für heute. Okay, ich habe kein Öl mehr. Kann ich es mal bauen. Deswegen schließen wir die App und ich sage mal, das war es für heute. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal seid. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.